So, Servicewartung der Maschine. Die Maschine steht jetzt hier vor uns, der Motor läuft noch. Wir haben ja gerade kurz vor allem das Video gedreht. Wir sehen jetzt hier, dass wir die Anzeige machen. Das gibt es schon zur Auffassung weiter. Auch entscheidend ist alles ok. Für den täglichen Ablauf, falls die Maschine nicht anspringen sollte, hier ist ein Notausschalter. Bitte checken, ob er raus ist. An diesem Schalter hier vorne, den einmal lösen. Auf der anderen Seite machen wir das gleiche. Den einmal lösen. Haube hoch, komme ich zum Brechen mit dem Förderband. Achtung, hier ist ein Schalter. Wenn dieser Schalter keinen Kontakt hat oder der Notausschalter gedrückt ist, läuft die Maschine logischerweise nicht. Hier sehe ich jetzt die Wasserdüsenberegnung für Staub. Hier die Verstellung der Brechbacke und so weiter. Die Größenverstellung funktioniert relativ einfach zu sehen an diesem Keil hier. Der Keil fährt weiter rein, fährt weiter raus und ändert somit die Brechgröße. Eigentlich relativ wartungsvoll. Diese große Platte hier ist eine Sollbruchplatte. Die ist auch noch einmal im Karton mit dabei. Falls ihr einen Vorschlag haben oder sonstiges finden, diese Platte bitte einmal austauschen. Liegt los in der Nut, in der Nut. Kann man relativ einfach ausnehmen. Falls das Band mal runter soll, natürlich hier Schnellwechsel und dann das Förderband rausnehmen. Den Kraftstofftank sehen wir hier an der rechten Seite. Unten runter auch an der Seite, etwas schwieriger zu erkennen, ein Schauglas. So, wenn wir jetzt mal kurz schauen. Hinten haben wir die Motorhaube. Einmal aufklappen, beide Seiten, Gasdruckdämpfer, etwas aufpassen. Hier hinten im Motorraum haben wir nochmal eine komplette manuelle Bedienung. Falls die Fernbedienung nicht dabei ist, kann ich mit diesen Hebeln hier die Maschine fahren, bewegen. Sämtliche Funktionen, aber nur für den Notbetrieb. Wenn ich jetzt hier reinschaue, habe ich oben links das Typenschild. Darüber Batterietrennschalter. Hinten, weiter durchgehend sieht man den Hydraulikölstand. Hier unten am Motor. Motorölstand, Ballstab ziehen, kontrollieren. Eigentlich alles sehr, sehr übersichtlich. Kühlwasser-Aussetzbehälter sitzt dort oben. Von oben befüllbar. Etwas tricky. Müsst ihr hier oben mal reinkrabbeln. Und dann kann man von oben halt hier rankommen. So, das war's schon. Und das war's noch für die Beregnisunlage anzuklemmen. Hier ist ein kleiner Anschluss. Dieser hier. Abbau und Gardena-Anschluss. Sonstiges montieren. Falls er mal nicht in gewünschter Größe brechen sollte. Wie gesagt, hier die Platte, die sogenannte Toggle-Plate einmal kontrollieren. Was wichtig ist, sind diese Schrauben. Diese hier. Diese hier. Damit ist die Brecherplatte befestigt. Genauso wie auf der Rückseite. Hier nun wieder mal kontrollieren. Auf festen Sitz. Jo, das war's schon. Ach, der dritte Notausschalter haben wir vergessen. Er sitzt natürlich hier oben am Brecher. Heißt, drei Notausschalter sind an der Maschine. Einen Schalter für die Klappe. Und einen mal die Funkfernsteuerung. Das heißt, wenn er nicht anspringen sollte. Irgendeiner dieser Schalter ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Ursache. Jo, ansonsten dürfte alles klar sein. So, das war's schon mal. Auch schon. Und dann darf es auch schon auf? Ich kann dir das einmal. Ich kann dir das einmal. Vielen Dank.